Einen wunderschönen guten Tag, nun und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bears in Space. Wir sind immer noch im Krieg. Dann töte ich dich einfach. Da mal. Was ist das da? Was muss ich mit ihm machen? So. Muss ich hier was drücken? Ähm. Oh. Okay. Warning, Mean Bear. Ja, schön. Aber muss ich vielleicht da hoch gehen? Aber wie? Das ist natürlich die Frage. Ich muss hier einfach... Ja. So. Einfach ein bisschen mehr drauf schießen. Okay. Okay. Ja, dann. Gehen wir rein. Moment mal. Okay. Wie viele sind's? Ich bin jetzt nicht so verdammt viele. Da will ich jetzt nicht groß Munition verbrauchen. Guck mal hier. Oh, jetzt hab ich das auch noch angemacht. Okay. Ähm. Ah, nee. Warte, das da zuerst. So. Ja. Ja, her mit den Moneten hier. Sehr gut. Und hopp. Gut. Gehen wir weiter. Ah, nee. Hier geht's durch. Guck mal. So viele Medipacks brauche ich dann auch wieder nicht. Aber okay. Okay. Jetzt wird's abgehen, ha? Ja. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's aber ab, du. Okay. Oh, shit. Ja, der hat doch funktioniert. Feinde entdeckt. Oh. Okay. Wow. Das war so nicht geplant. Scheiße. Ja, meine HP sind ein bisschen am Arsch. Kann mir mal eine in das Zeit kommen. Okay. Ja, dem... Ah, noch eine Ladung. Okay. Alter. Ja, das ist, äh, leicht unangenehm hier. Ich bin tot. Oh. Super. Sehr möglich. We go again, ha? Noch mal dicht zuerst. Weil du bist einer der nervigen Kollegen. Okay. Da, komm. Gucken wir es in der ersten Welle nicht allzu viel Damage fresse. Okay. Oh, ja, da kommt die nächste Welle. Sehr gut. Jesus. Nee, 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 nee. Komm schon. Alter, du mit dem Scheißlaser da. Ja, aber es ist schon mal ein besserer Versuch als vorhin, oder? Schon mal ein viel besserer Versuch, gefühlt. Medikit, ja, hier ist eins. Let's go. Oh, nee, du. Nee, 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 nee. Ey! Geh mal ja nach drüben. Okay. Da, komm. Ja, fuck. Position ist alle. Ist scheiße. Got it. Okay. Juh. Bis bald. Intensiv. Ja. Das war intensiv. Haben wir hier noch alles ein, was du kannst. Okay. Und weiter. Okay. Gut. Moneten. Sehr gut. 15.000 habe ich. Okay. Nicht schlecht. I'll take it. Wir sind zurück auf dem Schlachtfeld. Oh, bot, am I glad to see you, Max. Those 3D jerks have us pinned down and my troops can't get through. We need your help. Normally, it'd be dangerous, but lucky for you. The bots are now on their lunch breaks. So why not take some much needed you time and see the sights? Might I suggest stopping to wet your whistle at the crater chug house? Or mayhaps stop by JC's stall and grab some minty, fresh delights. Or maybe jam some cubers. When you're done, meet me at the top. Oh, bot, am I jealous of all the good times you're about to have. Now charge! Okay. Ja, dann. Let's go. Was haben wir hier? Ah. Ja, ne, das Adams, will ich das jetzt einsammeln? Okay, wo ist das O? Ich seh's nicht. Ich weiß nicht. Wir werfen mal hier in den Korbklotz. Come on. Ah. Ich besiege die schon, das ist kein Problem. Na du? Ja, ja. Lass uns battlen. Wegen wen spiele ich? Ey. Ist der Ball da hinten? Ja, mit dem Klotz hier. Jetzt gib mir mal das Ding da. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Oh, hab ich ihn schon wieder, okay. Dann machen wir direkt ein 2-0. Easy. Was ist mit dir los? Bist du der Schiedsrichter? Hä? Den Ball gar nicht gesehen. Her damit. Easy. 3-1. Die Balle weg da. Was ist denn der Ball? Da hinten. Her damit. Er sagt, her damit. Fusser? Nee, 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 nee. Come on. Ja, eins. So und nicht anders machen wir das. Wir machen noch einen. Botluck-Kaschaka. Wieder ein paar... Ja, ja. 3.000 Wiktale. Ja, danke. Ja, ja. Okay. Ich bin... ...bereit. Ich gehe wieder zurück, okay. Dann gehen wir mal hier. Bisschen was essen. Darkhouse. Okay. Hello. Hey, BT. Good to see you again. Not gonna give me any trouble this time, are you? We had to hire a little security after your last visit. Arnold, you know damn well little Jimbot was asking for it. Haha, yeah. So, the usual? Yes, please. All sold out. Gonna get you anything else? The regular, then. No dice. Gonna get you anything else? Yeah, oh, wait. They are expired. Can I get you anything else? How about a weekend special? It's Tuesday. Dan, lemonade? You got it. 150 kostet das. Oh, sorry. I just sold my last one. To that guy. I love the bank. Shaka! Er schon wieder. Erst das letzte Hammerbike und dann die letzte Limonade. Was machst du überhaupt auf dem Schlachtfeld? Na, okay. Okay, das geht nicht. Das ist eine super Security, die ihr da habt, ja? Das ist ganz toll. JC and Co. Was kommen wir denn hier? Okay. Das kann ich jetzt hier machen. Ah. Nochmal. Okay. Und was hast du so? Darum habe ich die Rüstung bekommen. Okay. Und was hast du so? Jesus. Jesus. Und was hast du so? Danke. Volle Gesundheit. Plus zwei. Oh mein Gott. Okay. What the hell? Zieh mal weg da. Komm. Alter. Was ist das denn? Was ist los hier? Hallo. Ich bin fast tot. Unangenehm. Okay. Panzerung. Ah, ich hab's. Wie random ist das denn? Wir haben einfach gedrückt. Ah. Okay. Ja, her mit den HP. Die kann ich jetzt gut gebrauchen. So, und ich muss jetzt wohl hochgehen. Dann machen wir das. Ah. Das kann ich brauchen. Ist hier auch. Das wäre da zum Kommandanten hoch. Das könnte ich auch sein. Das könnte ich auch sehr gut sein. Ja, guck mal. Da ist er doch. Hallo. Yes. Ja. Ja. Halt dein Maul und lass machen. Dann lass dir alles noch auffüllen. Dankeschön. Kann ich hier vielleicht noch was upgraden. Der Dreischüsser. Ja, bei dem brauche ich ja nicht groß. Aber komm. 12.000. Ja, so sehe ich aus. Okay. Dann machen wir morgen weiter. Sag ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. 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 Fallsch Cen. Krieg difficulty. Surestore toilets cropped her.